herzlich willkommen zu weekly news folge 2 2019 heute stehe ich in der rock connection und zwar in dem schlachthof die srl zu der connection findet ihr unter dem video und heute muss ich sagen wir berichten über events aus virtuellen welt küper punk horn und von den brennenden buchstaben tritt am 17 januar um 20 uhr in der renas world auf zu den neunjährigen tritt geburtstag mit seinem comedy programm in dem es um nordismus und lehrer leben und tipps zu ungesunder ernährung und noch einiges mehr geht rubeus legt dann ab 20 45 mit seinem programm nach wo geht es hier zu meinem strandhaus wie es mir als newbie einst ergangen ist und wie ihr dorthin kommt das erfahrt ihr in dem link den ich unter dem video poste mark taylor singt im ovl am dienstag den 15 ersten um 21 uhr chatanuga am sonntag den 20 ersten ein kuschelabend in den wolken der chatanuga mit dj adam und die rock connection diese woche hat der schlachthof geöffnet und zwar ist montag dienstag freitag und samstag geöffnet und am samstag gilt man spricht deutsch und das deutsch ist mit absicht gemeint so das war's für diese woche die sls url zu den clubs poste ich unter dem video besucht die clubs die freuen sich darüber so wie ich mich über ein abo freue bis nächste woche